hey leute ich bin Emma und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute gibt es mal ein anderes video und zwar in overwatch 2 dieses spiel spiele ich tatsächlich noch gar nicht so lange und deshalb bin ich auch nicht so gut aber ich dachte mir es muss ja nicht immer nur das gute auf youtube sein daher werde ich auch einfach zeigen wie ich heute spiele egal ob ich gut bin oder nicht gut bin und deshalb einfach nicht so streng ich übe noch ich werde etwas dazuschneiden weil man muss ja nicht immer sehen wenn ich gestorben bin und wieder hinlaufen muss also daher nicht wundern und jetzt viel spaß genau okay jetzt gehen wir mal zum zielpunkt oder mein aim ist teilweise echt grottenschwert ist schlimm komm mein gott okay wie auch immer nein ich wollte nicht tropfen fuck okay scheiße egal jetzt bin ich natürlich recht tot aber doch nicht okay okay ich weiß nicht wie ich den gekriegt habe so noch so ein bisschen die splatoon begriffe in meinem kopf ich weiß nicht wieso aber also wenn ich irgendwas mit tun mäßiges sage so was einfach nicht wundern sehr schön oh mein gott scheiß aim oh mein gott okay ja lol alles klar oh ah fuck ouch okay hä okay wie auch immer clean clean sehr nice gut hier kommen die anderen mika ist übrigens auch wieder mit dabei komm mein gott okay ich weiß nicht wann ich den gekillt haben soll das war irgendwie ein bisschen zu später weil es okay wie auch immer so wir sind jetzt alle hin tot sehr schön gefällt mir doch geh mal vor die anderen kommen ja nach oder jup da kommen sie achso und falls ihr euch wundert weshalb oben und unten zwei balken sind weil ich auf einem ultra wide monitor spiele eigentlich ein 32 zoller aber ja overworld unterstützt ihr leider kein 32 zoll deshalb ist es sowieso besser für die videos so ähm ich hoffe es steht euch einfach nicht juhu da sind wieder welche juhu da sind wieder welche juhu keine Ahnung es ist ja so es ist tatsächlich so ich finde es ist für mich erst mal am anfang jetzt irgendwie ein bisschen movement so movement ist jetzt nicht so schlimm aber so kill so ein bisschen so überblick zu bekommen okay jetzt sind wir wenigstens gleich am ziel es wäre sehr nass wenn wir gleich die erste runde gewinnen und yay sehr cool als ob einfach die erste runde gleich gewonnen sehr cool ich habe jetzt immer pech gehabt auch mit teammates und sowas aber es ist doch sehr nice bleiben meine herrgruppe aber mega cool so nächste runde ich spiele immer solida 76 ich bin da irgendwie mit dem komme ich am besten zurecht aber ich werde natürlich auch wechseln zwischendurch so neue runde neues rück vielleicht gleich nochmal gewinnen das wäre natürlich mega ach so ja und noch wegen thema monitor und ultrawide wenn ihr bock habt würde ich auch mal bald irgend so eine setup tour room tour machen wie auch immer könnt ihr so ein bisschen mein setup sehen weil das haben wir in derzeit sehr umgebaut und das sieht absolut geil aus jetzt ich finde das sehr cool genau schreibt gerne einfach unten in die kommentare und jetzt wünscht uns glück we got this let's go oh fuck fuck mika okay sorry zu spät ich habe mich gestern lassen okay wait ist da links jemand okay nein doch nicht aber ich bin am abkacken und jetzt bin ich tot hervorragend sehr schön das war irgendwie ein bisschen sehr nah am geschehen alles dran okay let's go back again oh mein gott okay jetzt geht es gleich ab ein kill ein nice zwei kill double kill sehr schön kriegen wir ja noch einen dritten scheiß aim fuck ey Junge noch gekriegt sehr geil kriegen wir den auch noch woi juhu jetzt kills wenigstens aber scheiße fuck hier hat wieder runtergeknallt okay coming back mal gucken ach ich sterbe teilweise ich fühle zu oft das ist schlimm ich bin irgendwie so eine volle schlechte teammate für alle aber ist okay es tut mir sehr leid an alle die mit mir gespielt haben aber ich bedanke mich auf alle Fälle bei dem einen Typen der uns beim Spielen geholfen hat sorry aha ja okay der hat mir extrem viele Tipps gegeben und das hat mir extrem viel geholfen also Grüße gehen an dich raus falls du das Video siehst und mich verstehen kannst ich bin trotzdem noch ein Noob wo bist du? ich krieg dich! ja yes sehr nice from where oh mein gott okay great oh mein gott okay das war so dumm alter fuck scheiße ich komm hier nicht komm ich weg? nein ich komm nicht weg ah hey super hervorragend okay okay yes we got this let's go no okay nein nein fuck ja klar super once again nochmal gestorben und weiter geht's hervorragend jetzt kommen wir wieder hier rein und sind wir schrecklich wieder tot mein gott wohin schieße ich? scheiße war das scheiße grad oh mein gott okay komm ja fast tot mein gott yes nein 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 oh man ich hab doch als Noob da keine Chance dagegen mein gott frech halt okay nein oh Junge wir sind verraschen so dich krieg ich jetzt hier let's go ja hä okay okay der war fast tot ups da unten ist noch jemand? soll ich helfen? ich komm aber nicht hin ich bin zu dumm okay ja fast fast ich krieg den nicht ich find's lustig wie er mich nicht sieht oh sehr nice also sie haben so gar nicht irgendwie auf mich schießen wollen ich steh aber halt hier auch so einfach so rum ohne mich zu bewegen das wäre natürlich ein sehr leichtes Ziel für alle jetzt nein ja genau das meinte ich damit ich bleib trotzdem stehen einfach so lange sie nicht auf wir schießen ist okay so sehr nice ah liegt noch jemand okay yes sehr nice okay wow wow wo sind die her? sei ihrchen seid ihr tot? sehr schön da ist wieder jemand sehr schön gut weiter geht's aber es wäre jetzt schon irgendwie ein Wunder wenn wir sie jetzt abhalten würden davon okay 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 ich hab's verstanden ich ich hab's verstanden scheiße fuck ich komm nicht weg scheiße okay das spring aber jetzt auch nicht nur die Olde an oh scheiße ey das war so lost super und verloren es war klar gut ist okay ich versteh's so Leute ich hoffe euch hat dieses Video gefallen ich werd's erstmal hierbei lassen und werd einen zweiten Teil machen und ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal ciao